Oh mein Gott, ich muss die Waffe wechseln, die Flamme herfällt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Peace und der Waffe. Ich bin's Kevin. Ich bin's Marvin. Und wir sind back mit Chuchu Charles, Teil 2. Oh yes, mal gucken, ob wir es heute durchbekommen oder nicht. Auf jeden Fall hat er uns letztes Mal noch gepackt. Wir sind sehr, sehr weit gekommen. Und noch schöne Grüße an Monkey Simon. Bam, Bluswaffe aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch was begrüßt wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Glocke aktivieren. Und schreibt einen Kommentar. Und ihr habt die Chance hier im Video eingeblendet zu werden. Viel Glück. Wir haben auch extrem viel Schrott schon gesammelt. Genau. Und machen jetzt mehr die Hauptmission durch. Weil wir haben ja schon ein Ei gefunden. Ich glaube wir müssen insgesamt drei Eier finden. Oder zwei. Und Schrott haben wir eigentlich echt genug gesammelt. Genau, das heißt wir können jetzt mehr diese Hauptmission machen. Und Leute, jetzt schon mal fette Daumen hoch für mehr Grusel Games. Und ich hoffe, wir kriegen es sogar heute schon durch. Vielleicht noch einen dritten Teil. Aber... Genau, wir schauen mal. Genau, ah ja, Fahrer. Oh! Wer pfeift? Oh! Wenn jemand pfeift, war doch immer eigentlich einer mit einer Stromflinte oder so, ne? Ja. Was sind wir Leute? Na, wir lassen mal orientieren, wo wir hier waren. Wir hatten ja noch eine Mission zu erledigen. Das war hier vorne. Aber hier ist auch irgendwas. Ist das denn da? Sollen wir da mal kurz gucken? Sieht ja komplett aus wie so eine Anlage da. Es geht ab. Vielleicht ist da ein Ei. Guck mal, der chillt hier. Oh! Okay, das bedeutet... Vielleicht... Obwohl es nicht mal eine Hauptmission ist, ne? Oh, okay. Er hat uns gesehen. Wir müssen den abballern. Ja, wir knallen ihn kurz ab. Es tut mir leid, aber... Wir müssen dich leider wegballern. Mal gucken, ob wir von hinten auf den schießen können. Der kommt jetzt rein, Alter. Oh, der kommt sogar. Hä? Wo ist der? Oh, es sind sogar zwei, Alter! Wow! Einer ist tot. Krass, das haben wir ja beschützt. Ja, Mann. Da muss ja irgendwas sein. Direkt mal abchecken. Let's go, let's go. Warum hat unsere Bahn kein Leben? Tja, dass man die nicht nehmen kann. Kann man das nicht nehmen, Alter? Man fühlt sich so... Ja, man kann halt nur ausweichen von denen, ne? Man kann einen abbauen. Ey, du musst doch ein Ei sein. Ja, ne? Weil wir hatten zwei Leute. Oh, nein. Oh, da ist noch einer. Es geht ab. Wie kommen die überlisten ohne... Egal, wir rennen einfach. Was ist das? Eigentlich so weit wie möglich kommen, ohne gesehen zu werden, ne? Mal gucken, ob das klappt. Oh mein Gott. Ganzes Dorf voller diesen Tych mal aus. Was beschützen die da, ey? Ja. Okay. Oh, ich dachte, es wäre eine Waffe. Okay. Oh, wo ist er? Das ist genau über uns. Alter, ganz. Oh, da liegt was. Oh, wir brauchen einen Schlüssel. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Okay, krass. Wir brauchen einen Schlüssel, Leute. Gehen wir da runter? Oh mein Gott, ein Leben. Oh, da ist noch einer. Leute, schade. Schade, aber... Da muss ja was abgehen, ne? Wir brauchen eh noch ein Schloss dafür. Ich glaube, vielleicht ist das eine Hauptmission. Ja. Man könnte die auch theoretisch alle vor dem Zug locken. Naja, aber... Aber es wäre halt... Ich will jetzt erstmal weiterkommen, nicht, dass es so unnütlich ist. Ja, wir wissen ja nicht, was das so... Und spawnen die überhaupt neu? Auch nochmal nicht, Frage. Hm. Frage über Frage, egal. Ja. Aber wir gehen mal zur Hauptmission, ne? Genau. Wir machen jetzt einmal diese Nebenmission noch fertig. Dann müssen wir hier... Na ja, die war da. Wir sprinten jetzt einfach mal und hoffen mal, dass Charles nicht kommt. Der Bruder. Ja. Ich habe die Grafik übrigens ein bisschen runtergestellt, weil es ja letztes Mal sehr gehangen hat. Ja, ein bisschen gehangen, ne? Falls es nochmal richtig krass hängt, stelle ich hier noch weiter runter. Weil die war auf Fule Pulle. Achso, okay. Auf episch. Okay, ist ein bisschen weiter, als ich dachte. Ah. Wir müssen nach links. Nach links. Okay. Was musst du da nochmal holen? Ja, was musst du mir da holen? Oh. Oh, in Brücke? Aber das war unten. Das war hier. Krass. Sieht auch sehr einladend aus. Wir müssen uns beeilen, bevor Charles kommt. Da ist der Typ. Okay. Wir sneaken uns. Wow. Alter, wie schnell sieht der uns denn? Ja, Mann. Wow. Wow. Oh, wir haben aber... Ah. Gesundheit. Haben wir das jetzt trotzdem noch, oder nicht? Mal gucken, ob er es noch... Entgleist. Das war, glaube ich, so ein Edipack, ne? Ich glaube, das war das Missionsartikel. Man musste ja irgendwas da suchen. Bitte haben wir das. Komm schon, komm schon. Und, haben wir es noch? Oh nein, ich muss da wieder hin. Die wollen halt, dass man die Mission packt. Okay, wie sneak ich mich an? Wie sneak ich mich an? Ja, da brauchen wir mal eine Taktik, ey. Auf jeden Fall auf Distanz, ne? Aber kann ich mich ducken? Ich kann mich nicht mal ducken. reingestellter Gegenständen sein. Wenn er uns den Rücken zudreht. Komm so. Ich geh diesmal, ich sprinte diesmal nicht. Ja. Ja, hier ist das schon. Genau. Wenn er uns den Rücken zudreht, in eine andere Richtung geht, dann irgendwie... Okay, okay. Mal gucken. Wo ist der Bruder? Ich geh jetzt ganz normal. Mal gucken, ob der es dann immer noch hört. Aha. So, jetzt einmal seine Route abschicken. Okay, der geht so. Alter, was? Der ist zu krass. Okay. Er rennt jetzt hinterher? Egal. Bester Spieler der Welt, alter. Krass, ey. Nein. Das ist weg. Hör dir an, das war doch da links. Was laberst du? Das war da. Da. Du hast nur da geguckt, oder? Oh, nee. Wow, wir haben das. Alter, haben wir das? Ja. Krass. Oh mein Gott. Egal, wir haben viel Leben. Schnell. Guck mal, das regeneriert sich sogar. Oh ja. Wir regenerieren sehr gut. Der ist schnell. Genau hinter mir. Wo ist unser Zug? Wo ist der Zug? Wo ist der Zug? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, wir haben ein bisschen Abstand gewonnen. Wo ist der Zug? Zug, komm, Zug. Ich krieg jetzt erstmal Blei. Schade, dass man den nicht rufen kann, ne? Ja. Nein, das gibt's doch nicht. Haben wir nur mal geparkt? Da hinten glaube ich. Ah, da. So Leute, jetzt wird erstmal... Oh mein Gott. Der rennt immer noch auf uns zu. Ja, schnell zur Waffe. Oh mein Gott, wie schnell ist der Typ? Komm mal her. Komm mal her. Blei ins Face. Komm mal her. Jetzt Haussagen, ne? Stirb alter. Sache ist geregelt. Okay. Ich glaub die Brüder sind auch noch tot, ne? Genau. Kann man im Inventar gucken, ob wir das haben? Ich war doch hier, Schluchtwinkel. Immer noch nicht abgeschlossen. Ach, vielleicht ist die woanders jetzt da. Ach so. War da noch mehr Container? Vielleicht spawnt das immer woanders, ne? Ein bisschen zurück. Egal. Egal. Jetzt haben wir ja Ruhe da. Was ist das denn? Wow. Ach, wir haben eine neue Waffe. Ach krass. Ein Upgrade? Du musst kurz Upcheck. Oh, müssen wir jetzt mal. Wow, ein Flammenwerfer. Okay. Charles kommt, Charles kommt. Oh. Dein Testnash, Flammenwerfer. Wo ist er? Komm her. Ich krieg jetzt direkt Feuer ins Face. Komm her. Warte, nicht verschwenden. Ja, ja, ja. Unser Zug hat aber kein Leben irgendwie, ne? Oh. Ach so Scheiße. Wir müssen auftunen, ne? Halt mal kurz an. Wie? Kurz Leben. Ach, wir müssen reparieren, ne? Ja. Voll vergessen, ne? Ja. Wow, nice. Okay, wir sind fast gestorben einfach. Jetzt wären wir ja direkt. Wo ist der Bruder? Komm her. Komm her. Hey, war eine Blöffmusik oder was? Oh, das ist eine fette Kiste. Charles, Junge. Charles, Bro. Wir warten. Okay. Ist der noch nicht da? Egal, wir halten mal hier vor der Kiste an kurz. Stopp. Ich springe einfach mal raus. Ja. Wo ist die, wo ist die? Alter. Boah. Nice. Okay, vielleicht ist der doch nicht gekommen. Okay, okay, okay. Charles ist doch nicht am Start irgendwie. Hm. Sollen wir die jetzt noch machen? Theoretisch können wir... Da waren noch ein paar Container, glaube ich, ne? Ja, die Kiste holen. Ja, dann lass doch mal gucken. Okay, holen wir jetzt mal die Kiste. Okay, wo könnte die Kiste jetzt sein? So, erstmal alles in Ruhe abschicken. Oh nein. Oh mein Gott, der kommt einfach. Geh mal da rein. Kommt der? Ich frag mich, ob der da rein kann. Ja, Mann. Vielleicht bringt es echt was, sich zu verstecken. Hier war das eben. Ja. Meinst du, der kommt echt? Oh, oh. Aber jetzt kommt der auch so random rein, ne? Kann bestimmt nicht überall rein. Warte mal. Mal warte. Okay. Hinten links. Oh. Ich hab Angst, ob er kommt. Wir sind genau auf dem Punkt. Das muss hier sein. Wo ist das? Nein, haben wir jetzt einen Bug oder was? Oder? Oh oh. Meinst du, man sieht den auf der Karte? Das hängt auch schon so. Ich glaub, der kommt echt. Ich bin gespannt, wie schnell der gleich antanzt. Okay, wir gucken mal ins Inventar, ob wir das haben. Oh, wir haben die Box. Oh Mann. Okay. Wir mussten die irgendwo hier abgeben, ne? Ja. Gehen wir zurück. Zu dem Bruder. Von dem wir die Mission haben. Und da waren ja auch so enge Gänge, ne? Ja. Ich denk mal, man kann sich da auch drin verstecken, wenn der jetzt kommt, ne? Genau, wenn der kommt, müssen wir immer in Räumlichkeiten am besten. Ja, ja, ja. Das haben wir noch gar nicht probiert. Ja. Weil, als er es gepackt hat, waren wir ja richtig offen. Ja, Mann. So. Okay, der war da oben, ne? Mhm. Okay, okay, okay. Bruder, bist du noch hier? Jawohl. Hier. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Okay, was haben wir jetzt bekommen? Ein Eihomberge mit Dickschrott. Ein Dietrich. Ein Dietrich? Ein Dietrich? Hier oben, das Schloss da, bei dieser Pyramide. Weißt du? Dann haben wir das schon. Ich glaube, wir haben gerade einen Dietrich bekommen von dem. Ach, krass. Und das können wir jetzt benutzen, ne? Ich denke schon. Ja, da waren ja, wo die ganzen Leute waren, ne? Die sind zwei, drei Leute. Ja. Und wir können direkt gucken, ob die neu gesponsert sind oder nicht. Ja. Das ist ein guter Test jetzt. Okay, wir kommen. Die Bahn ist... Unsere Bahn ist... Hä, ist die nicht hier? Ein Leuchtt, Alter. Die Blätter. Also, ich dachte schon. Da ist die Pyramide, ne? Soll ich auf unsere Bahn kacken? Ja, komm. Probieren direkt mal die Dietrich aus. Und die sind echt tot geblieben. Nein. Ah, krass. Ah ne, oder ist das nur einer? Okay, da waren viele. Da oben. Ah ne, sind alle da. Schade. Was soll ich machen? Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Ich versuche mich zu ziehen. Auf jeden Fall haben wir einen Schlüssel jetzt. Lauf vorsichtig. Das muss klappen. Ja, Bruder. Egal. Ich hab so einen Dietrich, Mann. Verdammt, Dietrich. Verdammt, Dietrich. Boah, Alter. Okay, mit drei Schrauben verloren. Ja, scheiße auf dieses Schloss, Alter. Wir gehen zur Hauptmission. Ja, Mann. Wir haben ja zwei Eier. War... Das eine... Was war das für eine Mission? Das eine Eier. Wie haben wir das gefunden nochmal? Das war... War das der Hauptmission? Ja, das war noch in der Mine. In der Mine. Genau. Wir haben eh genug Schrott und so. Wir gehen jetzt erstmal hier links durch, Hassel. Ja, erstmal die... Gucken, welche Abwägung der jetzt nimmt. Jawohl, links. Wo schickt ihr uns hier hin? Bitte links, bitte links, bitte links. Oh nein, rechts. Ah, ne. Jawohl, perfekt. Hier am besten nochmal links. Genau. Oh, oh. Wo? Oh, oh. Kommt da jemand? Was für ein Geräusch? Was für ein Geräusch? Schatz? Wir haben auf jeden Fall unseren Feuerlöcher. Beziehungsweise Flammenwerfer. Ja, da oben ist auch schon wieder einer am Pfeifen. Ey. Die haben uns gesehen, ne? Mhm. Komm schon. Jawohl, jawohl. Ich frage mich, wie lange verfolgen die uns jetzt mit der Bahn? Krass. Wenn die überhaupt kommen. Ja. Okay, perfekt. Okay, wir sind gleich bei der Hauptmission. Krass, dann kriegen wir das, glaube ich, in dem Teil echt durch. Okay. Wir haben von nichts mehr Angst hier. Jetzt sind wir durch. Krass, da ist das Ende der Karte auf, ne? Ja. Okay, können wir noch ein bisschen aufrüsten? Was sollen wir aufrüsten? Ein bisschen Tempo können wir knallen. Schaden sind wir fast fertig, Alter. Oh, nice, nice, nice. Okay. Leute, wir haben gerade gemerkt, die Kamera ist einfach abgeschmiert, während wir die ganze Mission hier angenommen haben. Aber wir haben eigentlich nur diese Mission, die hier oben waren, angenommen. Das war einmal hier eine Waffenmission, eine Hauptmission, die zum Tempel führt, wo wir eben schon waren. Genau. Und eine Mission gemacht, wo wir Sprengsätze an eine Brücke hier vorne dran gemacht haben. Also zur Vorbereitung, um Charles da anzulocken, um die dann zu sprengen. Genau, genau. Nichts Wildes ist passiert. Genau. Alles ist vorbereitet und wir müssen jetzt Richtung Tempel erstmal eine Waffenmission machen. Dann kriegen wir eine neue Waffe. Dann diese Hauptmission durchmachen. Hier ein neues Ei holen. Dann haben wir zwei Eier. Und rufe Charles mit Hilfe der Eier herbei. Brauchen wir nicht drei? Äh, Eier haben wir jetzt gerade. Ah, hier ist noch eine Hauptmission. Okay, hier machen wir eine Waffenmission, dann holen wir jetzt ein Ei. Zack. Dann gehen wir hier das andere Ei holen und eine Waffe auch noch. Dann müssen wir alle Eier haben. Dann gehen wir erst zum Tempel, weil da brauchen wir eh die drei Eier und locken Charles an. Eins gegen eins und machen Ramazamba. Ja, haben alle Waffen ausgeschöpft. Ja, man. Weiter geht's. Let's go. So, wird eine lange... Okay, geht's. Let's go. Der kam schon länger nicht, ne? Ja, der kam schon länger nicht. Ich glaube, der wird gleich stramm ankommen. Der hat jetzt Energie gezeigt. Diesmal haben wir auch den Flammenwerfer hier am Start. Ja. Links und rechts zwei fette Käse. Ich hoffe, der bringt mehr bei. Beim letzten Mal, ich habe das Gefühl, wir haben gar kein Damage gemacht. Ja. Nur. In sein Gesicht ist nichts passiert. Oh, oh. Oh, oh. Oh, der kommt. 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 Gib's ihm, Digga. Jetzt fähig's, Alter. Brennt. Ja. Sieht schon stärker, die Waffe. Okay, nice, nice. Komm her. Gib's ihm. Nice. Nice, Mann. Okay. Gerade überbrannt. Oh. Wow, wow, wow. Ich bleib hier. Bisschen anflammen. Nice, nice. Da wird er langsamer. Krass, wir kriegen Schrott. Nice, Leute. Es läuft doch hier. Es kommt doch noch ab. Ey, wie lange verfolgt er uns? Nice. Stimmt. Weiter. Stimmt. Lang kommt, ey. Zum Glück haben wir den Flammenwerfer, ne? Wow, Mist. Wow. Wow. Wow, wenn ich jetzt einfach so wechseln könnte, ne? Ja. Weil ich fahr jetzt auch irgendwo hin. Komplett andere Richtung. Huh. Der ist weg. Ach du, der ist jetzt aber weg. Hat der einfach ausgenutzt. Ah, hat der den Geist aufgegeben. Krass. Perfekt. Weil hier müssen wir eh nicht lang. Wir haben eine Abzweigung verpasst. Egal, Leute. Wir sind stärker geworden. Oh, hier ist eine Kiste. Gut zu wissen, dass der Flammenwerfer da echt gut ist. Ja, Mann. Okay, wir sind echt bereit, ne? Für eins gegen eins. Wir sind so stark. Der kann nichts mehr machen. Eben, wir haben auch voll die Panzerung. Also der hat nicht mehr uns richtig gepackt. Können wir noch irgendwas verbessern? Tempo können wir jetzt eigentlich ballern. Ja. Bisschen heilen. Okay, wo ist diese Abweichung? Ah, da. Hier vorne. Dann wieder rechts. Ich frag mich. Ich behälte jetzt das Leben, was wir denn abgezogen haben. Das wäre krank. Okay, okay, okay. Stopp, 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 stopp. Zack. Da müssen wir auch mal die Weichung umstellen, oder? Gucken, ob der automatisch nach rechts macht. Ich glaube nicht. Oh, eine Festung. Oh, oh. Was ist denn hier los? Waren wir hier schon? Ah, da ist nach links. Ja. Oh, da sind viele Wachen. Oh, krass. Egal, wir haben genug Schrott, Leute. Der brauchen wir nicht. Oh, du könntest von da. Ah, hier ist auch die Mission. Ach so. Ah. Okay, hier geht's ab. Vielleicht kommen die an. Ich muss das MG ballern. Ach. Kommt her. Wollte du sagen? Kommt her, hä? Kommt her. Kleine Clowns, Alter. Was wollt ihr jetzt, Alter? Boah, gibt's auch eine Sniper, Alter? Was soll ich von ihr treffen? Boah, wie viel kommen wir, Alter? Links, links, links. Den Kollegen da. Wow. Oh mein Gott. Stimmt. Boah. Der Linke. Wow. Alter, wie die ankommen. Alter. Wow, nice. Ich glaube, hier ist auch die Mission. Jawohl, wir sind genau auf der Mission drauf. Was müssen wir hier nochmal machen? Crazy, man. Das ganze Dorf auslöschen oder was? Was steht da? Warrens Bander hat Teile einer neuen Waffe gestohlen. Hol dir die Teile zurück und vervollständige die Waffe. Okay, Waffenteile dann sammeln. Okay. Ich hoffe, da steht wieder, wie viele wir benötigen. Meinst du, wir haben schon alle umgebracht hier? Vielleicht sind auch ein paar da. Hey. Eigentlich kamen die alle. Die haben es alle gehört. Eigentlich haben die, glaube ich, Außerweiter weg, ein paar hat es nicht mitbekommen. Ne? Aha. Hey. Okay, da kann ich nicht drauf. Gehen einfach mal hier hoch. Wie verfolgt uns hier manchmal so Schritte? Wow. Wow, die Masken, Alter. Alles klar. Hier ziehen die... Was für Masken, Alter. Schon gruselig. Guck mal, die Linke. Das sind Charles Fanboys, Alter. Alter, die ist crazy. Die ist heftig. Die ist am heftigsten, ja. Oh mein Gott, das geht hier ab, Alter. Krass. Okay, das sind echt deren... Von Charles die Fans, ne? Ja. Die wollen den echt verteidigen. Okay. Können jetzt auch mal hier Waffenteile kommen? Oh, ein Schlüssel. Oh, ein dicker Schlüssel. Für was ist der? Was hat der da? Berg Ruinen-Schlüssel. Ein kleiner goldener Schlüssel, der eine kürzlich ausgebrannte Ruine öffnet. Okay. Ausgebrannte Ruine. Vielleicht noch in der Mission, die noch kommt. Ja, oder wir sehen hier eine ausgebrannte Ruine. Vielleicht können wir jetzt hier rein mit dem Schlüssel. Oh. Aha. Die fehlenden Waffenteile, ne? Okay. Wow, was geht das? Baut sich irgendwas zusammen. Okay. Nice. Rüste den Gegenstand in deinem Zug aus. Nice. Neue Waffe. Nice, Mann. Neue Farbe könnte... Wow, wow, wow. Was ist das denn, Bob? Alter, teste bei euch. Ohne Sniper. Ja, wie ich eben gesagt habe. Oh. Ich weiß, wie viel Schaden das jetzt macht. Aber sieht massiv aus. Plus Panzerung, ne? Okay, nice, nice, nice. Schönes Upgrade. Dann holen wir uns das Ei hier noch, ne? Genau, das Ei. Und bereiten uns schon mal auf den Weg hier vor. Dann parken wir hier. Ja. Okay, dann erstmal Abfahrt. There you go. Und Stopp. Einmal rechts. Zack. Bahnfahrsimulator. Und volle Bulle, less. Let's go, go! So, einmal Tempo noch ballern. Boah, wir sind hier fast durch mit allem. Krass, was? Voll, ne? Ja. Full gesteckt. So, eine Eiermission. Das müssen wir noch kurz klauen, ne? Dann machen wir einen dicken Abgang. Genau. Wagen ist nah wie möglich, falls wir schon ein paar abknallen können. Oder anlocken können. Ja, wir haben jetzt einen Sniper. Vielleicht sehen wir hier jemanden. Oder auch nicht. Okay, hinterfällt es eher nicht. Egal, jetzt regeln wir mal so. Okay, okay, okay. Was geht hier ab? Wo ist die Mine? Was ist das für eine Grabstätte hier, Alter? Okay, jetzt geht es wieder rein. Ja. Draußen ist noch keiner, ne? Da ist irgendwas rotes. Halberfeuer. Oh. Einmal riskieren hier. Bisschen Schrot sammeln. Falls wir sterben, haben wir drei schon mal gesammelt. Okay. Ab in die... Ich hoffe, da sind jetzt nicht so viele Leute, ne? Irgendwie die Sneaken kriegen wir nicht hin. Ich weiß nicht, wie das geplant ist hier in dem Spiel, aber irgendwie... Wir sehen uns einfach direkt, ne? Ja, also, die hören das von... Oh. Oh. Oh mein Gott, warum ist das... Oh mein Gott, warum ist das... So viel Blut, oh. Das ist hier verreckt, Alter. Ja. So sollte man ja irgendwie sneaken, ne? Ich kann auch gar nicht schleichen, sodass die Schritte nicht hören. Der Bre... Okay, steht da. Ist gerade umgedreht. Ganz schnell. Falsche Ecke, Alter. Was soll ich denn jetzt machen? Lustig. Der ist hinten. Wenn der hinten ist, gehen wir rüber. Ja. Ist jetzt hier Hello Neighbor in... Chuchu Charles. Leute, checkt Hello Neighbor, wenn wir Hello Neighbor nicht geguckt haben. Oh. Oh mein Gott. Geht zurück. Der sieht uns. Der kommt hier ganz entspannt. Boah, der kam noch voll. Boah, in unser Arsch geschossen. Auf aller Kamer kam der noch voll. Egal, schnell das Ei packen. In unser Ass rein. Wow, hier sind noch mehr. Oh mein Gott. Verdammt, wo ist das Ei? Gib mir das Ei, gib mir das Ei, gib mir das Ei. Wie soll man denn eine Chance haben, ohne alles hinzukommen, ne? Das Ei. Ja. Ja. Wow, hau ab, Alter. Kommt der runtergesprungen? Ich glaube nicht. Das überlegen die sich nochmal. Wow. Wir müssen doch gleich wieder hoch, ne? Außer es gibt noch einen anderen Ausgang. Oh, das sieht gut aus. Oh mein Gott, das Ei. Das soll... Einfach so. Weil selbst wenn die sterben, wir haben trotzdem das Ei, ne? Das geht's mal hier. Das müsste ja ein Inventar sein. Oh nein. Ich glaube, wir könnten den Wagen nehmen. Ja, Mann. Das wäre richtig geil, ne? Vielleicht gibt's einen Ausgang, safe. Safe. Oh, ist noch eine Truhe. Oh, das ist ein Ausgang. Ah ja, das ist der Dietrich. Den hatten wir schon die ganze Zeit. So. Bam. Bam. Oh. Wow, rot. Endlich, Leute. Ein schönes Rot. Roter Zug, bisschen aggressiv. Nice. Geil, Mann. Upgrade. Wir haben unsere 1, 2 Eier. Wow. Wackler Wacker. Oh, woher kommt der denn, Alter? Hey, hey, hey. Beruhig dich, Bruder. Wir wollen nur kurz zu unserem Zug, ja? Ja, und schnell. Aber wenn er es verfolgt, kriegt er gleich eine Portion. Bleib. Ganz kurz gucken. Oh, shit. Ist irgendwo hier links. Wo war das denn noch? Ja. Ah, der hat mich angeschossen. Oh. Komm schon. Halt noch ein bisschen durch. Schön ins Ladung gehen. Bitte. Ah. Ja. Und? Ja. Wo ist der Zug, wo ist der Zug? Wo ist der, wo ist der? Warte, warte, warte. Ich hab ihn gesehen. Wow. Wow. Sogar 2 Leute. Ey, die Flamme weg, oder? Komm, mit dem neu. Mit unserer neuen Waffe jetzt. Wow. Wow, schnell. Und jetzt gibt's ihn, Alter. Okay, erstmal auf. Nacken. Boah. Beide weggeballert? Alter. Sogar beide, glaube ich. Alter, Alter. Okay, die Waffe ist stabil. Ja, Mann. Okay, wir sind auch perfekt auf dem Weg zum... Ne, das Ei haben wir. Aber hier wollte ich gar nicht lang. Oder? Wir müssen auf jeden Fall hier lang. Ja, wir können auch noch hier. Was hiermit? Würde auch gehen. Aber... Auf jeden Fall hier in die Ecke. Genau. Und da gibt's auch noch mal ne Waffe. Genau. Also fahren wir dann hier lang. Eigentlich lohnt es, die Waffe noch mitzunehmen. Komplett. Damit wir dann eine stabile Waffe haben. Ja, dann haben wir da. Alles ausgerüstet sogar. Oh, rund, rote Farbe. Oh, aha. Jetzt haben die auch mal Respekt vor uns hier. Ja, rot schon stabil. Hat doch krass aus hier. Leute, Upgrade. Oh, das muss stoppen. Okay, und... Zurück. Ich hoffe, der fährt jetzt links lang, ne? Wenn nicht, weil er richtig fällt. Mhm. Komm schon. Jawohl. Perfekt. Bam. Bereit. Bam. Bereit für den Kick. Ja, Mann. Einfach nur geradeaus. Komm, links, links, links. Jawohl. Okay. Dann sehen wir uns bei den Missionen wieder, Leute. Okay, okay. Wir sind angekommen. Bei den neuen Missionen. So, wen haben wir hier? Guten Tag. Moin. Mhm. 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 Oh, Sprengstoff. Raketenwerfer. Ah, krass. Okay, aus irgendeinem Bunker müssen wir sehr fett aus auf dem Tisch da. Okay. Okay, das da hinten. Dann nehmen wir noch kurz die Hauptmission an. Mhm. Bei dem Bruder hier oben. Morgen. Was ist mit dem schief? Ist nicht ein bisschen kalt, Alter? Ich frage nicht, was passieren würde, wenn die schlüpfen würden, ne? Ob dann noch so ein Schall kommt? Oder ein Mini-Schall, ey. Nee, Mann. Oder ein riesen Schall. Fusion. So, neue Missionen. Oha. Okay, am Ende der Welt. Händen wir die mal am Anfang an. Alter. Angenommen. Egal. Wir holen uns die Waffe. Fahren schon mal Richtung Mission. Ja. Wir können vielleicht auf Tempo nochmal knallen. Ah, ne. Schall. So, hier parken wir. Und Stopp. Hier sind doch bestimmt Leute, ne? Hallo? Sprengstoff. Oh, Sprengstoff. Wo ist das? Können wir jetzt gehen? Oh. So einfach. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das so ist. Ja. Ich glaube irgendwie nicht. Gibt es da noch einen Haken? Wenn das das überhaupt war. Wow. Krass. Und? Trotz dem Leben verloren, Alter. Okay, okay, okay. Na klar, da gibt es eine Mission. Oh nein, hier ist auch wieder Blut. Was? Hätten wir da drauf gehen können? Krass. Wir können das schicken. Wow. So ein Dynamit. Ah. So sollte das jetzt sein? Ah. Ich glaube schon, das werden wir... Okay, ich dachte jetzt werden die Wachen und wir können die so weg platzen. Fette Munition. Geil, okay. Nice. Jetzt lösen wir die kurz ab. Soll ich zu Fuß gehen? Auf Eier? Jetzt hätten wir einen Abstand. Ist nicht so weit. Ja, das geht klar. Ja, das geht klar. Gehen wir kurz joggen in eine Runde. Was ist davon? Okay, Bro. Jeder in der Raketen. Gib uns die Waffe. Boah, neue Wumme. Die Wumme halten. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir haben Raketenwerfer, Flammenwerfer, ein Snipergeschütz. Was? Jetzt sind wir krank. Wenn wir jetzt nicht bereit sind. Ja. Weiß ich auch nicht. Okay, holen wir uns erstmal das dritte Ei. Und dann eins gegen eins gegen Charles. Eins gegen eins. Endgegner. Ja, Mann. Auf den Weg kommt der Safe, weil das ist so ein langer Weg jetzt. Ich glaube, ja. Hat der uns eigentlich Schrott gegeben? Dann könnten wir nochmal Tempo knallen. So, erstmal starten wir. Okay, Leute. Die Wumme. Schaden extrem. Ach, hier steht doch mal der Schaden. Bam. Boah. 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 Okay, ist eine Rakete, die man abschickt. Okay, krass. Geil. Raketenlauncher. Wenn nicht ich weiß, gibt es Schaden. Die macht großartig. Boah, ist gewittert. Oh, oh. Leute, der Sturm zieht doch. Das heißt nichts Gutes. Das macht... Okay, das hat Reichweite extrem. Schaden. Schussrate krass. Schaden entgleisern. Okay, okay. Verlangsamung. Ach, so. Insekten-Spray. Das war das. Krass. Ah. Deswegen war da immer so abgebremst, ne? Deswegen war der so langsam. Weil beim Maschinengewerbe hat der sich kaum verlangsamt. Krass, ja. Also auch ein starker Vorteil, wenn der langsam ist. Okay, wir müssen jetzt rechts abbiegen. Schaub ist eingestellt. Mal kurz gucken. Oh, nein. Nein. Ich sag gerade, wir können es selber überfahren, ne? Das ist so ein Fail. Okay. Zack. Zack. Less. Go. Oder auch nicht. Ups. Nein, 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 nein. Boah. Ach, die hält er automatisch an, wenn er aussteigt. Ja. Okay. Wir sehen uns, falls Charles nicht kommt. Genau. Sehen wir uns. Sehen wir uns. Eier, Leute. Wir sind genau am Ziel. Stopp, 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 stopp. Locker die Quachen, ey. Ja, Mann. Ich hasse diese Eier-Mission, ne? Das bedeutet immer viel wegrennen. Ich renne einfach durch und fertig, ne? Okay. Hier vorne. Und zur Not, wir sind nah an den Gleisen. Also, falls er jetzt 10 Mal uns verfolgen. Ja. Ich muss erstmal rein. So, Minen sind. In die Mine. Kurz looten. Was geht da ab? In die gute Mine. Wo ist der Eingang? Hier? Ja. Jawohl. Ja. Schon mal undercover. Nice. Gleich haben wir wieder 10, die uns verfolgen, Alter. Mhm. Ich glaube, die beste Methode ist einfach durchsprinten. Du hast einfach durchsprinten, eigentlich gesagt. Durchsprinten. Weil die sehen uns eh direkt, ey. Ja. Man kann es ja erstmal versuchen. Aha. Wow. Lutz. Jetzt müssen wir den Marker wegmachen. Kann ich das nicht mehr wegmachen? Okay. Okay, wenn wir die Bank... Oh, mein Gott! Was war das denn für ein Jumpscare jetzt auf einmal? Ich sag das selbst. Aus welcher Ecke? Oh nein. Oh mein Gott. Ah! Ah! Sehr schwer. Können wir den Zug nicht mitnehmen oder eine Waffe mitnehmen, Alter? Es fehlt einfach eine Waffe, ne? Ich schwöre. Wir sind direkt da. Okay, ich markiere das hier lieber. So. Am liebsten alle rauslocken und wegballern, Alter. Die sind so komisch. Die bewegen sich ganz komisch. Bei mir ist der vor einem, Alter. Und dann drücken die meistens ab. Ja, da ist einer. Guck mal da... Guck! Boah, Alter. Du kannst dich gar nicht verstecken. Also was für eine Reichweite. Wir machen jetzt auf Save. Den knallen wir kurz weg. Ja. Guck, jetzt steht der schon hinter mir. Ich glaube, auf und zu können die nicht wenigstens, ne? Komm, in dem Fall brennen wir den Buch. Ja, komm ruhig an. Komm rein, Bruder. Okay. Schon mal drei Schrott sammeln hier. Für den Tod eben. Ja. Okay. Das ist ein Labyrinth. Labyrinth ist, man muss entweder immer rechts gehen oder immer links. Da kommt man ans Ziel. Da oben sind wir... Bro. Da rein, ne? Ist ja klar. Ansonsten hole ich mir den zum Zug, Alter. Was ist da rechts? Geht's auch noch lang, ne? Stimmt. Könntest du auch anders machen. Ah, eine Brücke. Ah, hier kommen wir bestimmt zurück. Ah, okay. Rückweg. Okay. Ah, ja. Das ist ein Hebel. Ein schöner Abgang. Ich geh jetzt einfach runter. Eben waren wir links, dann gleich rechts, ne? Genau. Jetzt. Direkt rechts. Bam. Rechts, 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 rechts. Rechts, 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 rechts. Oh, Hebel. Vielleicht war das schon die Brücke, ne? Ist das die Brücke? Nein. Oh, das Ei. Oh mein Gott. Komm schon. Sauber. Leute, wir haben es. Wir laufen genau ein in die Arme. Genau jetzt kommen richtig viele. Oh mein Gott. Brücke, 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 Brücke. Ja. Brücke, 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 Brücke. Leute. Lauf, lauf, lauf. Oh mein Gott, das dritte Ei. Oh mein Gott, ohne Stopp, ohne Stopp. Egal, wir haben das Ei. Oh mein Gott. Wir haben das Ei aber. Das Ganze ein bisschen links, rechts, links, rechts. Aber wir sind schnell. Jetzt kommt Charles auch noch 100%. Wenn der jetzt auch käme. Wo? Der ist dichter nach uns dran. Ja. Der kriegt gleich richtig Feuer unter dem Arsch. So. Wo? 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 Wo sind die? Ich verbrenne den, Alter. Wo? Der hat es nicht anders verdient. Wir ließen keine Säcke. Jetzt waren es zwei, oder? Ja, komm her. Komm her. Oh, Charles. Oh, Charles kommt auch noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oder? Alter, Leute. Der dringendreck. Der dringendreck. Ah, nee. Äh. Wo? Was geht ab? Wo? Charles! Er ist doch da. Wo? Okay. Okay. Erstmal das. Wir haben eine Rakete. Überhältst. 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 Nein, nein, nein. Liegt uns rein. Der letzte Mal hat er uns drin gepackt. Ah, ja. Mit seinen Krallen, ne? Ja. Sehr gut. Boah, sieht nicht hier diese. Ah. Nach den Brücken hört der auf. Wow. Aber kommt der jetzt wieder? Was macht der für den Weg jetzt? Egal. Wir können jetzt zum Tempel. Okay, krass. Der ist kurz weg. Wir sind ready für den Tempel. Neue Waffe, neues Glück. Aha. Boah, hab ich den getroffen? Krass. Ich glaub, ich hab den getroffen. Egal, wir ballern direkt durch zum Tempel. Ja, aber wir ziehen durch. Und dann beenden wir das Ganze hier mit Charles. Wo bist du? Ich glaub, der kommt jetzt öfter an. Ja. Nice. Okay, fürs Erste haben wir den Abgang. Sieht gut aus. Nice, 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 nice. Okay, Schrott. Können wir irgendwas noch machen? Aha, Panzerung. Bisschen heilen. Oh, wir haben ein gutes Leben verloren. Sollen wir bei der Feuerwaffe bleiben für ihn? Oder Raketen? Ja, Feuer ist am besten. Feuer ist am besten. Alles was funktioniert. Ja. Insekten-Square. Okay, jetzt müssen wir nach rechts sliden. Jawohl. Nice. Eine jetzt. Bam. Perfekt. Dann sind wir gleich auch schon da. Und ja, Mann, das war's dann, ne? Letztes bisschen, ne? Bin gespannt. Okay, hier genau ist der Tempel-Eingang. Genau hier. Jetzt geht's los. Okay, Leute, es wird ernst. Es wird ernst. Vielleicht können wir noch ein paar wegsnipen von oben. Ja, falls ihr da auch. Schau mal. Mal gucken. Aha, die Pfeifen schon. Können wir die anlocken? Na, habt ihr das gehört? Was? Oh nein, Charles kommt. Oh mein Gott. Oder? Wo ist das nur Musik? Oh nein, der kommt aus der Ecke. Der kommt einfach, Leute. Er meint's ernst, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, direkt Feuer, Ding. Oh mein Gott, Charles. Gib's ihm, Alter. Mies ins Face. Hm. Schade, dass ich die Waffe nicht direkt wechseln kann. Würde ich ihn so weghauen. Krass, ne? Wenn der abbremst, dann mach fett mit Raketenwerfer. Ey. Es gibt doch nicht, dass wir... Kurz bevor... Warte, ich fahr mal rückwärts. Was passiert dann? Wenn ich auf den zu fahre, weiß ich. Aha. Oh. Da kommt jetzt eigentlich dran. Wohohoho. Okay. Sind wir andersrum? Ja. Oh, unsere Panzerung, ne? Jetzt kann er die angreifen? Ja. Der hat unser Zug fast gebimst. Oh. Oh mein Gott. Aber er kommt. Nein. Leute, achten. Okay, das ist gar nicht gut. Nein, unser Zug. Oh mein Gott. Nein, Charles. An der Richtung. Nein. Okay, Leute. Wir haben gerade eine krass Erfahrung gemacht. Das ist ein Fail. Shit. Krass, der hat unser Zug. Wo sind wir jetzt? Wir sind kurz vorm Ende, Junge. Wir machen doch gleich eins gegen eins beruhigt. Wenn man dann Experimente macht, so vorm Ende. Okay. Ja. Oh. Sieht gut aus. Als wäre nichts passiert. Okay, unsere Reichweite. Haben wir noch alle Eier? Warte. Nicht, dass ihr die klaut. Okay, drei Eier. Ja, haben wir noch. Goldener Schlüssel. Goldener Schnatz. Drei Schrott leider nur. Oh, wir können ein bisschen Gesundheit wieder herstellen wenigstens. Schade, wir müssen eigentlich noch ein bisschen Schrott sammeln, ne? Um stärker zu sein, ne? Für die Gesundheit. Für die Gesundheit. Ah, finden wir schon im Tempel, denke ich. Aber meinst du, die haben Charles gerufen, weil ich hier geballert habe? Na, ich weiß nicht. Nee, oder? Oder der ist einfach jetzt in der Nähe die ganze Zeit. Okay. Okay. Auf geht's. Let's go. Kann sein, dass ich alle zum Zug anlocken muss, aber ist mir auch egal. Wir probieren es erstmal so. Mach auf. Oh mein Gott. Was ist denn da? Wow. Okay, wir tun anscheinend die Eier rein. Es ist soweit, Leute. Jo, saftige Eier. Klein Mini-Charles. Okay, mal gucken, was wir jetzt beschwören. Schärfer ist einfach voll der Fail und wir... Es kommt echt ein riesen Charles oder so. Oh oh. Was passiert jetzt, ey? Wow. Was ist das denn? Warte, kennen wir den nicht? Du weißt nicht, was du... Setz das Ei langsam ab und lege die flach auf den Boden. Tu es rein, tu es rein. Du wirst zu viele Menschen verletzen, wenn du deinen Plan durchziehst. Tu es rein. Jawohl. Haha, haben es durchgezogen. Bam. Okay, die Energie ist freigesetzt. Nein. Krass. Oh oh. Okay. Hey. Was ist jetzt los? Yo, 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 yo. Der wird stärker. Nein. Der wird stärker. Ey, der hat den rechten Typ. Ich schwöre. Wer hätte nicht auf den hören sollen. Schein. Aber daneben waren noch voll die Charles-Fanboys. Ja, Mann. Oh mein Gott, sind wir dumm. Nein. Nein. Ach du heilige. Wow. Ich frag mich, was die vorhatten, ne? Ja. Ja. Okay, Leute. Es wird ernst. Gebt Gas. Wow, Alter. Oh mein Gott, ich muss die Waffe wechseln. Flammenwerfer. Wow. Wow. Alter, der Krall, ey. Ey, der ist richtig stark. Wie soll ich denn? Oh mein Gott, was soll ich machen? Wow. Hä? Wo? Paketwerfer. Ja, Mann. Drauf. Wow. Charles aus der Hölle. Wir haben nicht mehr abgedrückt, Alter. Okay, ich weiß, ob wir schon bereit sind für den Kampf. War schon heftig, ne? Ja. Hat der Raketenwerfer abgedrückt? Ja, aber ich habe, glaube ich, nicht getroffen. Oh mein Gott. Vielleicht müssen wir noch mehr sammeln. Oh Leute. Ein bisschen mehr Loot. Also ein bisschen mehr Panzerung. Wir hatten ja gar keine Panzerung. Man muss ein bisschen vorbereiten, glaube ich. Ja. Zumindest auf dem F-Karten. Okay, Leute. Wir sammeln ein bisschen, dann sehen wir uns wieder. Okay. Wir sind vorbereitet. Der Zug ist voll. Wir haben jetzt diesmal... Oh mein Gott. Da ist er deutlich. Wir haben diesmal Raketen ausgewählt. Wir denken, mit Raketen werden wir den stoppen. Ja. Und let's... Go! Okay, überspringen. Top. Gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Gib ihn, gib ihn, gib ihn. Wow! Ruhig dich! Leute, mit Raketen glaube ich, ich komme rein. Ruhig dich! Nein! Das habe ich gefunden. Was ist jetzt passiert? Okay, wir haben den geschwächt. Du haben den geschwächt. BAM! Oh, noch mal. BAM! Unser Zug! BAM! BAM! Unser Zug geht gleich kaputt! Nein! BAM! 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 Nichts! BAM! BAM! Oh mein Gott! Oh, wie der ankommt, Alter! Nenn sie aber schon! Ah! Nein! 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 Und ach! Oh! 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 Boah, das ist knapp, man. Richtig knapp. So, Leute, wir sind ausgerüstet mit 13 Schrott. Haben wir jetzt ein bisschen nachgelegt. Wir gehen jetzt in den Tempel nochmal. Ich glaube, 13 Schrott müsste reichen. Taktik ist jetzt, diesmal... Wenn so eine Sequenz kommt, kurz auffrischen das Leben. Genau. Let's go, man. Let's go, man. Bam. Hey, warum trifft der nicht? Bam. 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 Soll ich jetzt schon? Ein bisschen? Äh, ein bisschen geht, ein bisschen geht. Oh. Nein, nicht getroffen. Verdammt. Bam. Ich glaube, wir bannen uns auch ein bisschen selber weg ab und zu. Ich glaube, wir sind nicht zu nah. Ja, wenn er nah dran ist. Bam. Wenn er einmal... Ja. Bisschen weg, genau. Okay. Jetzt nochmal kurz. Sauber. Jawohl. Kurz durchs Gebäude. Wir sind straucheln geraten und... Nein. Oh, wir rechen jetzt hier unseren Freund. Der ist ja da gestorben. Eugene. 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 Crabz. Mit Ehre, da rechen wir ihn. Oh, ich weiß, ob ich das schaffe. Ich habe keinen Strott mehr. Egal, gib ihm. Ich schaff's das, Alter. Bam. Komm schon, komm schon. Wollen wir mal stark bleiben? Du musst alles hübschen. Nein. Nein. Verdammt. Egal, weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Okay. Jetzt müssen wir, wir müssen noch mehr... Warte, ich mach mal wiederholen. Ich weiß, ob wir dann immer noch das Schrott haben. Naja, wir müssen auf Schrott achten. Ich hab ja noch Schrott. Aber es lief schon besser, indem wir aufgefüllt haben wieder. Meinst du, wir haben das noch? Ich glaub schon. Irgendwie hat man da alles. Mal gucken. Mein Raum ist jetzt verloren durch die Mission. Mal sehen, ob man Schrott verliert nach dem Tod. Den ersten Trämmschnee, ne? Wo? Egal. Warte, zieht meine Raketen Leben ab, oder? Halt ich guck auf dein Leben? Das war nicht. Guck jetzt mal, wenn du nachschießt, ob du Leben verlierst. Ich versuche mal jetzt nicht zu, na? Boah. Der zieht so viel ab, ne? Wenn er jetzt wirft, dann ja. Okay. Ich muss kurz gucken, ob wir Schrott haben. Ja, kurz noch. Komm schon, komm schon. Wow, wow, wow. Jawohl, ach, wir haben noch alles. Nice. Okay, das spawnt immer wieder neu. Geil. Komm her. Komm her, Dicker. Keine Angst mehr vor dir. Sauber. Stirb. Strong, strong, strong. Stirb. Nein. Bam. Wieso schaffen wir das? Bam. Let's go, let's go. Okay, kurz ein bisschen auffüllen. Dann ja, auffüllen. Yes, sir. Ein bisschen auch mehr noch? Ja. Perfekt. Das müsste reichen. Ja, wir schaffen das. Bam, Dicker. Bam, Dicker. Bam, Junge. Bam, Dicker. In seine Visage. Bam, nein. Ist er verkackt. Alter. Getroffen? Jetzt noch mal. Chill. Wow, wie stark ist der? Oh, noch mal. Ja. Das ist die Brücke, oder? Jawohl. Ja, Mann. Wir müssen das Brück hier bekommen, endlich. Ja, wir sind die Brücke, Leute. Besiegt. Boah. In Ehre doch mal aufgespießt. Alter, geil. Krönenabschluss. Krönenabschluss. Kranke Zähne. Kranke. Chuchu Charles. Ein Spiel von Gavin Eisenbitz. Leute, krankes Spiel. Crazy Game, Mann. Daumen hoch für mehr solcher Games. Yes, Daumen hoch. Da kommt echt mehr von sowas. Durchbekommen in zwei Teilen. Oh, Leute. Hier läuft noch eine Vorschau. Vielleicht ein dritter Teil. Vielleicht, ja. Oh, nein. Ein rotes Ei. Oh, Leute. Ist das nicht vorbei? Oh, oh. Ein Ei hat überlebt. Die Wiedergeburt. Oh, oh. Mal gucken, wie jetzt so ein Baby-Ding aussieht, ne? Ah, wenn das schlüpft, stimmt. Haben wir noch gar nicht gesehen, was dann passiert. So gespannt, ey. Ja. Oh, oh. Oh, da hat er noch eins frisch gelegt. Nein, sind das ganz viele Eier? Ach du. Bro. Nein. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Der hat noch ganz viele gelegt. Alter. Das sind ja mehrere Generationen alles. Okay, die Welt ist am Arsch. Ich glaube, die Welt ist nicht mehr zu retten. Leute. Alter. Leute, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr kein Video. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace.